Im ersten Video zur Festigkeitssteigerung wurde herausgefunden, dass die Festigkeit von Materialien gesteigert werden kann, indem die Bewegung von Versetzungen behindert wird. Dazu gibt es verschiedene mikrostrukturelle Möglichkeiten. In diesem Video wird auf die Korngrenzenhärtung eingegangen. Metalle bestehen nicht aus einem einzigen, sondern aus mehreren Kristalliten, den sogenannten Körnern. Die Gesamtheit aller Körner- und Gitterbaufehler nennt man Gefüge. Jedes Korn im Gefüge besitzt eine bestimmte Orientierung des Gitters und ist durch die sogenannten Korngrenzen zum Nachbarkorn hin begrenzt. Versetzungen können innerhalb eines Kristallits oder Korns gleiten. Zum Überwinden der Korngrenzen ist jedoch eine höhere Schubspannung erforderlich. Da die plastische Verformung auf dem Gleiten von Versetzungen basiert, ist die Verformung abhängig vom Weg, den die Versetzungen zurücklegen. Je länger die Wege sind, umso größer ist die Verformung. Damit ist auch klar, dass die Verformung durch Korngrenzen erschwert wird. Je mehr Korngrenzen in einem Gefüge vorhanden sind, also je kleiner die Korngröße ist, desto kürzer ist die Strecke, über welche die Versetzungen gleiten können. Somit kann durch die Korngröße der Widerstand gegen die Verformung beeinflusst werden. Eine feinere Korngröße führt zu einer höheren Festigkeit. Dies wird in der Hall-Patch-Beziehung beschrieben. Das Symbol R umschreibt hier beides, Fließgrenze und Zugfestigkeit. Die Festigkeit ist abhängig von der Spannung Sigma, die aufgewendet werden muss, um die Versetzungsbewegung einzuleiten. Die Festigkeit ist außerdem abhängig von der Hall-Patch-Konstante K und dem mittleren Korn-Durchmesser D. Dabei ist die Zugfestigkeit umso größer, je kleiner das Korn ist. Die Korngröße geht als Wurzelfunktion ein. Das bedeutet, dass die Festigkeitssteigerung Delta-Re zunimmt, je kleiner das Korn wird. In der Praxis kann eine Kornfeindung durch verschiedene Verfahren erreicht werden. Bei schnellerer Abkühlung der Schmelze entstehen kleinere Körner, da die Keimbildungsrate hoch, aber die Kornwachstumsrate klein ist. Durch die Beeinflussung der Keimbildungsbedingungen mithilfe von Kornfeindungsmitteln kann ebenfalls eine feinere Körnung sichergestellt werden. Bei sogenannten Feinkornstehlen wird dies z.B. durch das Zulikieren des Elements zererreicht. Ebenso entstehen feinere Kristallstrukturen bei nachträglicher Wärmebehandlung des Materials, wie z.B. dem Normalglühen, und bei der Rekristallisation, welche zum Abbau von Versetzungen durch Kornneubildung führt. Eine Kornfeinung bewirkt zusätzlich eine höhere Zähigkeit des Werkstoffes. Dies ist zunächst einmal ungewöhnlich, da in der Regel eine höhere Festigkeit auch eine höhere Sprödigkeit bewirkt. Allerdings sind neben der größeren Korngrenzfläche natürlich auch mehr Körner im Gefüge vorhanden. Versetzungen können sich nur innerhalb von Gleitebenen bewegen. Um eine Versetzungsbewegung möglich zu machen, müssen diese Gleitebenen allerdings in günstiger Orientierung zur angelegten Normalspannung liegen. Die größte Wirksamkeit wird bei einem Winkel von 45 Grad erzielt. Bei kleineren Körnern existieren mehr Körner im Kristallvolumen und daher ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass die Gleitebenen günstig orientiert sind und die Versetzungsbewegung und damit die Verformung eingeleitet wird. Zusammenfassung Die Festigkeit von Metallen kann durch ein Gefüge mit kleiner Korngröße gesteigert werden. Korngrenzen behindern das Wandern von Versetzungen. Je kleiner die Korngröße, desto geringer die Bewegungsmöglichkeiten der Versetzung und desto größer die Spannung, die aufgebracht werden muss, um eine Verformung des Werkstoffs einzuleiten. Die so maximal erreichbare Festigkeitssteigerung beträgt 200 N pro Quadratmillimeter. Die Festigkeit von Metallen